So, Hallihallo und herzlich Willkommen zurück zum Let's Play von The Alice Ghost Games Special Edition hier mit meinen beiden Mietzinnen, selbstverständlich. Ähm, ich muss grad mal gucken. Die guten Mods. Hä? Werf deinen Blick darauf. Zeig mal deinen Shit. Was hat denn hier so? Nur Schnellbums. Sachen, die... Oh. Was? Sachen, die keinen Mensch brauchen, irgendwie. Ja. Hallo. Grüße. Also gut. Entschuldigung. Äh, pff, what the fuck. Okay. Das passiert, wenn man Mods aktiviert und dann denkt, oh, hallo. Ähm, okay. Geis ist... Was ist... Malus Machius? Schwarzdorn. Als erstes muss ich mit Sapion meine Hilfe bei einem kleinen Schädlingsproblem anbieten. Stimmt. Oh Gott. Das war unten in... Ne, das war hier. Das war hier. Da kommt man relativ schnell hin. Hey, Mensch. Da bin ich offenbar schon mal irgendwie gewesen. Mal vorbeigelaufen oder so. Ähm. Genau. Jetzt müssen wir... Ah, wir müssen ja diesen... diesen Schnullibums vergiften mit irgendwelchen Ratten-Scheißen, damit der Pleite geht, ne. Irgendein Scheiß war noch. Irgendwas war da. So, dann geh ich jetzt hier rein und sag, Junge, ich möchte gern mit deinem Ungeziefer helfen. Und dann fällt mir aus Versehen das Rattengift runter. Was starrt ihr so? Seht ihr nicht, dass ich Probleme habe? Sehr blöd für dich. Macht ihr Scherze? Seht euch doch mal um! Ich soll für den Hauptmann der Wache eine Mietprobe des neuen Honigbräus abhalten. Wenn ihr die Brauerei in diesem Zustand sieht, bin ich erledigt. Wirklich? Und ich schätze, ihr tut das nicht einfach aus Freundlichkeit, oder? Ach, klar. Immer. Ich hoffe, ihr erwartet keine Bezahlung, bevor die Arbeit nicht erledigt ist. Äh, das sind meine Bedingungen. So mache ich es aber nicht. Also vergessen wir es. Na gut, dann, ähm... Ich möchte nur, dass dieses Ungeziefer ein für alle Mal erledigt wird, bevor mein Ruf komplett dahin ist. Wie kann ich das ungefähr ein für alle Mal erledigen? Ich habe Gift gekauft. Mein fauler und nichtsnutziger Assistent Malus sollte sich darum kümmern. Ist jedoch verschwunden. Wenn ihr das ins Nest des Ungeziefers legt, sollten sie nicht mehr zurückkommen. Ja, der macht sich's bunt in der... Naja, im Inn da, ne? Komm zurück, wenn jedes einzelne dieser Dinger tot ist. Kriegen wir hin. Äh... Jetzt muss ich hier aufräumen. So, meine Schneckchens. Wir müssen los. Kommt mal mit, Schneckchens. Und wir boxen mal die dicken... Dicken Fischer um. Man könnte ja ein bisschen rumschleiken, aber ich glaube, das ist jetzt hier weniger effizient. Hier liegen schon Tote rum. Oh, da ist eins! Ah! No! Oh! Kann mal jemand seine Dings zücken? Seine Facke vielleicht? Ich seh' hier unten absolut wenig. Ach! Ich seh' hier unten absolut wenig. Ich seh' hier unten absolut wenig. Ach! Mach die mal fertig hier. Ich seh' nicht. Ich seh' hier noch irgendwas? Ah, hier geht's lang. Okay. Hier geht's noch nach unten. Ah, jetzt mal unspattig. Jetzt... Ah, jetzt könnt ihr vielleicht mal eure Fackeln anmachen. Hey, da hat jemand ne Fackel! Ab nach vorne mit dir! Hier... Ih, da ist endlich das Spin hier! Ja, die Kaye mag eine Spin, stimmt! Dafür mag es Clinical die Spin umso mehr, weil die so schöne Squishy Sounds machen! Meinte er. Ich habe mit ihm so ein bisschen geredet, man kann ja mit ihm ja richtig viel quatschen. Aber da liegt ein Spinnen einfach. Der macht die gerne tot, weil die so squishy sind. Bikai. Die Spinnchen sind tot. Komm her. Hol mal deine Fackel raus. I need your Fackel, Alter. Ich sehe hier nicht. Da ist bloß die Fackel draußen. Stimmt noch mehr Spinnchen. Spinnchen und anderes. Aua. Was war denn das? Ja, Schneckens. Ihr müsst... Ihr müsst mal ein Stück hier vorlaufen. Ich sehe nichts. What the fuck? Wieso? Wieso, die sie mir wieder nicht helfen wollen, ne? Mensch, ja, klasse. Hier sehe ich was. Äh. Äh. Ja. Da ist doch noch er. Äh. So. Was ist denn da hinten los? Du Scheiße. Geht der auf den da vorne? Alter, der flampiert mich hier voll. Was geht denn ab? Ja, ihr macht das schon. Macht dem mal Fritz und Foxy. Bleibt mal hier hinten. Und heimlich. Wer war denn das? Wer bist du denn? Haben wir das Tagebuch? Ja, immer her. Äh. Die hat eben der geringen Veränderung. Ach, okay. Nehmen wir alles mit. Oh, hier gibt es was. Scheiße mitnehmen. Immer her damit. Können wir ganzen Alchemie-Schnullibums hier irgendwie mal benutzen. Anfälligkeit. Verlangsam. Was? Ja. Traum jetzt nicht. Okay, ist in Ordnung. So ist das. Wo wird heißt das Gift im Nest? Wo gibt das Netz? Netz. Das Nest. Oh, Schneckchen. Tut mir leid. Aber ich muss hier durch. Ich denke, dass wir hier relativ schnell wieder hochkommen. Ohne gleich 50.000 Fischer hier. Ah. Nur Mist hier. Nur Mist. So, ich habe das erledigt. Ich habe gut getan. Ich muss hier auch nochmal Scheiß reintun. Äh. So, ich glaube hier. Shubi dubit 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 dubit. Dubi dubit 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 Schweiß. Vergiss den Kessel habe ich schon. Haha. I did it. Wie? Jaja. Den habe ich dann wohl da an den Haken gehängt oder was. Er gibt gar keinen Sinn. Ist nur offen. Oh! Hallo? Wie laufen Leute rum? Oh, what the hell? So, Freund. Ich möchte jetzt mein Geld haben. Ist noch irgendetwas unklar? Das wird auf Zeit. Ich musste den Hauptmann bis zum Abschluss eurer Arbeit hinhalten. Ihr müsst einfach warten, bis der Hauptmann fertig ist. Ihr könnt hierbleiben, wenn ihr wollt. Nee. Trink mal was. Trink mal was. Nun, Savion. Jetzt, da ihr euch um euer kleines Ungezieferproblem gekümmert habt, könntet ihr mir ja einen Schluck Mehl gönnen. Bedient euch, Herr. Das ist mein bisher bestes Werk. Ich nenne es Honigbräul. Und ich glaube, es wird eurem Gaumen schmeicheln. Honigbräul mit extra Not. Ach, kommt. Das ist... Ich geb mir mal den Scheiß hier. Das hat mich schon lesen. Nee, kein Wein, den man in Schlückchen trinken und genießen muss. Genau, einfach auf Ex. Kein Problem. Bei den Acht. Was... Was ist da drin? Ich... Ich weiß nicht. Was ist los? Ihr habt mir versichert, dass dieser Ort sauber ist. Ich werde... Ich werde dafür sorgen, dass ihr den Rest eurer Tage in Ketten verbringt. Ah, whoopsie. Nein, bitte. Das verstehe ich nicht. Ruhe, Idiot. Ich hätte es besser wissen müssen, als diesem Ort zu vertrauen, nachdem er mit Unrat übersät wurde. Ich bitte euch. Es ist nicht das, was es zu sein scheint. Ist ja blöd. Wie kai, Schneckchen. Ihr, ihr übernehmt hier das Kommando, bis ich das alles erledigt habe. Das mache ich gern. Und ihr, ihr kommt mit mir nach Drachenfeste. Wir werden sehen, wie schnell euer Gedächtnis im Gefängnis der Stadt wiederkehrt. Jetzt bewegt euch. Good luck have fun. Ich kann euch versichern, dass es sich hierbei nur um ein Missverständnis handelt. Bewegt. Sage ich. Lebt wohl, Sabion. Tja, Freunde der Sonne. Tut mir ja leid. Goodbye. Okay. Ich glaube, das hätte nicht besser laufen können. Braucht ihr noch etwas, bevor ihr nach Riftown zurückkehrt? Ich muss mir Sabions Bücher ansehen. Dann will Maven, also Sabions stillen Partner, finden. Ihr könnt euch gern in Sabions Büro ein wenig umsehen. Die meisten seiner Papiere hebt er an seinem Schreibtisch auf. Hier. Das dürfte helfen. Oh, komm mal ein Schlüssel. Was habt ihr mit diesem Ort vor? Ich wandle alles so bald wie möglich in die Schwarzdornbrauerei Westro. Das war Mavens Teil der Abmachung. Sie hat mich damit beauftragt, den Med am Fließen zu halten. Also werde ich genau das tun. Wenn ihr in der Gegenzeit und jemals einen Hehler braucht, lasst es mich wissen. Immer. Permanent. Ich dachte, es wäre besser, bei unserem vorherigen Gespräch mich ein paar Details auszulassen. Ich wollte nicht riskieren, dass ihr den Auftrag ausschlagt. Außerdem habt ihr Maven einen Gefallen getan, indem ihr ihn beseitigt habt. Und mir habt ihr Geld gespart, weil ich nun nicht mehr eigens jemanden dafür anheuern muss. Das ist ja toll. Na da. Denkt daran, bei Maven ein gutes Wort für mich einzulegen. Ja, genau. So, wo ist denn seine lustige Kommode? Die so... Wie komme ich denn da hin? Nicht zu glauben. Es hat funktioniert. Ja, das ist mir auch nicht ganz klar. Wie komme ich denn da hoch? Gibt es irgendwo eine Treppe oder sowas? Äh. Haha, eine Treppe. Das ist doch gar nicht schlecht. Jetzt muss ich hier nur komplett rumlaufen. Hab ja auch nichts anderes zu tun. Oh, er hat Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Das ist gut. Mal hier mit dem Schatz. So. Was ist denn hier? Interesse ist, irgendwo ich bin der Meinung, dass die Beiträge dich für den Kauf erworfen und gesetzt haben, wie mehr als großzügig sind. Okay. Maven wollte ihm das Ding also abkaufen. Interessant. Interessant. Ein Schulstall. Du Scheiße. Na gut, okay. Dann können wir jetzt entspannt hier rausgehen und zurück zu Maven gehen, ihr das Ding in die Hand drücken und dann ist die Frau hoffentlich endlich mal glücklich und lächelt vielleicht auch mal. Wieso liegt denn der Scheiß hier auf dem Boden? Vorsichtig damit! Na ja. Dann. Jetzt habe ich es eingesteckt. Klasse. Ist in Ordnung. Nimm ich halt die Kackvase mit. Stell ich mir zu Hause auf den Tisch. Das ist das Mindeste, was ich kriegen kann. So. Hallo, Hossi. Äh. Wir müssen nach Rifthorn. Rifthorn, Rifthorn, Rifthorn. Ich hoffe, alle bleiben bei mir. Alles ist gut. Däumchen und so. Weil ich hatte schon das Problem, dass Bikai irgendwo hängen geblieben ist. Dann musste ich den dann erstmal überall suchen. Dann war der irgendwo im Gefängnis von Rifthorn hängen geblieben an irgendeiner Kante. Das war ein bisschen irritierend. Ach, man sieht mal wieder nicht. Das ist ja toll. Hey, jemand kann seine Fackel anmachen. Das ist schön. Ich sehe trotzdem nichts. Ich sehe trotzdem nichts. So. Hallo, friend. Hallo. I'm still. Wo sind die anderen? Wenn eure Loyalität dem Kaiserreich gilt, haben wir uns nicht viel zu sagen. Kaiserreich für den Scheiß. Die sind total... Taka gala. Ich hoffe, ihr habt gute Nachrichten für mich. Das sagt mir nicht viel. Das Einzige, was Serpions Partner identifizieren könnte, ist dieses seltsame kleine Symbol. Warum hören Sie mir nicht zu, Herr Ava? Warum tun Sie nicht, was ich Ihnen gesagt habe? Nun, für wen dieses geheimnisvolle Zeichen auch steht. Der Betreffende wird es noch bereuen, dass er sich auf einen Krieg mit mir eingelassen hat. Diese Information solltet ihr unverzüglich der Diebesgilde überbringen. Kommen wir zur Bezahlung. Ich glaube, dies werdet ihr für eure Dienste für mehr als angemessen halten. Okay. Ich glaube, wir sind fertig. Ja, wir sind fertig. Ich muss hier noch Gruppssachen lesen. Das ist mir leid, dass ihr da... Das ist ein bisschen Sachen. No, I haven't got it. Gegenseit, Vater. Aber ich habe mich entschieden. Ich bin ein Geschäftsmann und... ein Krieger. Ihr konntet euch euer Geschäft doch nur deshalb leisten, weil ich euch das Geld gegeben habe. Ja? Was hat gesagt? Wenn es euch so viel bedeutet, gebe ich es euch zurück. Es geht hier nicht ums Geld. Es geht darum, um die Traditionen zu ehren. Es ist so schön, euch wiederzusehen. Ich weiß, ich habe dich auch lieb, aber jetzt lass mich in Ruhe. Ich muss hier ja noch ein paar Sachen erleben. Ich muss jetzt erstmal zurück zu unseren werben Freunden und mich damit auseinandersetzen. Ich muss zur Arbeit in die Schwarzdawn-Bauerei. Ich habe Mjol noch niemals so durcheinander erlebt. Diese Stadt geht hier wirklich an die Nieren. Mjol, was ist los? Mjol, was ist los? Mjol, you're not married? Surprising. Und ob? Ich würde gerne an eurer Seite stehen, bis die Göttlichen uns holen, wenn ihr mich wollt. Be careful and stay safe. Mjol hat mir gesagt, dass es nicht überall so schlimm ist. Vielleicht mache ich mich eines Tages einmal auf und schaue nach, ob sie recht hat. Ja, irgendwie bist du ihr Anhängsel, oder kann das sein? Nicht ganz klar. So, wie komme ich denn? Nee, das ist das nicht. Ich muss ja hier hinten in der Hood und so. Äh, gewitsch. Schneckschens, kommt ihr? Wir müssen hier runter. So. Guten Tag, werte Freunde. Ich muss hier mal zu, zu wem auch immer. Zu unserem Obermozi hier. Wo ist denn der? Wo treibt der sich rum? Der steht einfach hier neig. Hallo. Man erzählt sich, dass der arme Sabion in Weißlauf im Gefängnis sitzt. Was für ein Pech, aber auch. Ja, ist schon blöd, das stimmt. Genau. Nun versteht ihr langsam, wie unser System funktioniert. Laut Maven habt ihr dort noch etwas anderes entdeckt. Ist es für die Gilde von Bedeutung? Dann kann es kein Zufall sein. Erst Aringoth und nun Sabion. Jemand versucht uns auszuschalten, indem er einen Keil zwischen Maven und die Gilde treibt. Merser glaubt, diesen neuen Dorn in unserem Auge identifizieren zu können. Er will sich sofort mit euch treffen. Mit mir. Ich an eurer Stelle würde mich beeilen. Ich habe ihn noch nie so wütend gesehen. Ich habe nichts gemacht. Mir liegt das schon mal nicht, ja? Komm Schnecki, ist heute auch zu gucken. Hier gibt es nichts zu gucken. Ich muss nur auf meinen Pops gucken. Ne? Sexy Girl und so. Und hier zwei sexy Miezen. Läuft. So, wo ist denn mit so einer Stinkstiefel? Hier ist noch Halli, guten Tag. Ah, da seid ihr ja. Ich habe meine Kontakte zu den Informationen befragt, die ihr aus gut Goldenglanz beschafft habt. Aber mit diesem Symbol kann niemand etwas anfangen. Offenbar versucht unser Gegenspieler uns indirekt aufzureiben, indem er Maven schwarzte und verärgert. Sehr gerissen. Sie verfügen über umfangreiche Mittel und bleiben seit Jahren unerkannt. Ich bin beeindruckt, dass sie es so weit geschafft haben. Verwechselt meine Bewunderung, aber nicht mit Nachlässigkeit. Unser Erzfeind wird teuer bezahlen. Weil sie trotz all ihres Prahlens und Planens einen Fehler gemacht haben. Das Pergament, das ihr besorgt habt, erwähnt einen Gaju-Lai. Laut meinen Quellen ist das ein alter Deckname eines unserer Kontaktmänner. Okay. Sein wirklicher Name ist Gullum-Ei, ein schleimiger Dreckskerl. Gullum-Ei ist unser Maulwurf bei der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft in Einsamkeit. In Einsamkeit. Ich wette, dass er beim Verkauf von Gut Goldenglanz als Mittelsmann beteiligt war und dass er uns zu unserem Käufer führen kann. Geht da raus, macht ihm Druck und schaut, was ihr herausfinden könnt. Wenn ihr Fragen habt, solltet ihr vor der Abreise noch mit Brimjolf reden. Brimjolf. Darling. Ups. Ich kann gar nicht glauben, dass Gullum-Ei in all das verwickelt ist. Dieser Argonia könnte seinen Schwanz nicht mit beiden Händen finden. Versteht mich nicht falsch. Er könnte einem Bettler den letzten Septim abnehmen, aber der allerhellste ist er nicht. Er ist eine der stursten Echsen, die ich je getroffen habe. Das wird keine leichte Aufgabe. Ihr müsst ihn bestechen. Nur so bekommt ihr seine Aufmerksamkeit. Wenn das nicht funktioniert, folgt ihm und seht, was er macht. Wie ich Gullum-Ei kenne, wächst ihm alles über den Kopf. Das könnt ihr als Druckmittel benutzen. Gut, dass ihr unsere Methoden verinnerlicht. Es wäre schlecht, einen Kontakt in der ostkaiserlichen Handelsgesellschaft zu verlieren, bevor wir die ganze Geschichte kennen. Bleibt Gullum-Ei einfach auf den Fersen. Dann wird er irgendwann einen Fehler begehen. Nicht schubsen. Okay. Okay. Viel Glück in Einsamkeit. Lasst Gullum-Ei am Leben, aber erinnert ihn daran, wer wir sind. Amen. Kriegen wir ein bisschen flach. Nein, es gibt das Ding wieder zu, hä? Dammdach, ich muss das Kniebege ziehen. Da muss ich mich rausquetschen. Da muss ich den Shit hier drücken. Inigo. 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 Schleckchen, Ja, da hätte ich dich wieder fast vergessen. Speak to me. No, my mind is as blank as your expression right now. No offense. Bist ganz schön frech, mein sexy Schnittchen. So, was haben wir jetzt vor? Sprich mit Gullum-Ei. Was haben wir noch? Nichts als Ärger im Himmelsrand. Keine Frage ist zurück. Okay. Keine Frage ist zurück. Zurück. Ich finde, muss ich ja... Ah, ist dieser Scheiß. Ob das jetzt mal klappt? Na, da bin ich ja herzhaft überrascht. Also, wenn das klappt, ja. Frisch aber ein Besen. Das könnte... Ja, wenn der Typ jetzt endlich mal dort steht und wenn der Scheiß- der Scheiß- Gaul dort noch steht und wenn es nicht Arsch-Dunkel ist und ich vielleicht endlich mal irgendwas sehe, könnte man ja eventuell endlich mal diese Quest abschließen. Aber es ist schon wieder Arsch-Dunkel. Wenigstens... Ah, so ein bisschen. Hallo, Fett. Guck mal. Ich brauche dich mal. Oh, Regan! Regan! Ja. Und runter du's... du's... nehmann. Ist das ja noch? Juck mal hier. Woops. Sehnisch. Alles ist gut? Okay. Komm mal, ich nächste, komm mal mit. Das lässt mich auch üblich da hinlaufen. Also ich fänd's toll, wenn ich, also ne, man sieht zumindest mehr, ja? Also es ist nicht mehr ganz so dunkel wie, wie das eine Mal. Das war aber auch abortig. Oh Gott. Hier stürzt sich doch gefühlt ab. So, also. Ja, hier. Da sind dicke Spinnen. Da sind dicke Spinnen! Da sind dicke Spinnen. Da sind die zweite. Die ist schon tot. Ja. Wo sind meine zwei Schätzchen? Ah, da hin. Komm Schneckchen, rutscht mal hier rüber. Inigo. 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 Ah, da ist sie. Die Fackel kommt. Komm Schneckchen. Bisschen floddern. Alles gut. Okay. Okay. Hier ist nix. Nach wie vor absolut nix. Das ist gut. Wieso ich? Du bist in mein Pferd reingelaufen. Ich will nicht mehr. Der Kakao steht hier rum, ja? Da steht einfach gar nix mehr rum. So nix. Was soll ich jetzt hier machen? Ah. Tja, keiner weiß. Da... oh, da ist Frust. Hallo Frust. Ich nehme mal Frust. Ähm. Wer ist wo? Ah, ein Blatt. Was kommt denn? Ich weiß ja nicht, wenn der davor steht. Meine Hübschen. Macht ihn platt. Ich will auch noch. Wo ist er denn? Ich habe seinen Arm gekocht. So, was hat denn der? Der hat irgendwelche Eisenbahnen dabei. Keine was. Der hat schon nette Sachen dabei. Keine Frage. Ich möchte mich erst so sexy schnittchen machen. So. You are a very interesting individual. Thank you so much. So, hier ist Frost. I need Frost. Um. Keine Ahnung. Kann ich jetzt hier wieder hinlaufen? Geht dann hier mal irgendwas ab? Geht einfach gar nichts ab. Dann laufe ich halt zu den Kackstellen jetzt hin und hoffe, dass dort dann irgendwas abgeht. Vielleicht. Vielleicht. Komm, Frost. Wir müssen hier irgendwie diese Hütte hoch. Das ist gar nicht so leicht. Das ist gar nicht so leicht. Ey. Kack, Baum. So, ja. Hm. Keiner weiß. Na, dann haben wir jetzt halt Frost. Ja. Quest is never ending. Und ich hab keinen Plan. Also nicht so ganz klar. Hey Schneckchen. Da sind keine zwei Hübschen. Ja, nee. Kein Plan. Also ich hab keine Ahnung. Ich bin zu hoch. Oh, hier ist doch... Oh. Irgendwer ist da. Ein Fuchs. Und das ist halt... Da bin der Fuchs-Hombie. Ich hab den gar nicht getan. Das ist ein Elch. Ein Hirsch. Oder was ähnliches. Ist aber auch nix, ne? So. Also so ein Jäger. Alles klar. Ja, ähm. Wiss ich nicht. Oh, nee. Ich töte keinen Werwolf. Aber auch wenn der Werwolf nicht töten würde. Beziehungsweise... Ey, Alter. Es gibt's Hack. Das ist ein Jäger, der beim Werwolf vorst. Das ist klar. Die Schüttchen sind da... ...vorbei. Frost. Schatz. Drehschirmorien. Ich steig jetzt ab. Das wird's uns nicht. Frost. Ist ja gut hier jetzt. Hier noch. Ja, keine Ahnung, was mit dem war. Also irgendwie nicht ganz klar. Ja, ganz schön. Der Scheiß hat mich immer mit dem ganzen Kack-Pilz hier. Pilz. Boah, Pfeile kann man immer gebrauchen. Ist das Horstie schon wieder weg? Oh, was hier ist denn so Indigo? Da ist doch nichts. Schneckchen. Yo. Schneckchen. Schneckchen. Mäuschen. Wer ist er denn? What the fuck? Nehmen wir den Frost mit, ja? Kein Plan, was hier abgeht. Ich weiß nicht, aber... Das wird alles schon seinen Sinn und Zweck haben. Ich folge denen einfach mal unauffällig. Ich mein... Der will schon wissen, was er tut. Oh, das sind meine Schätze-Lines eigentlich. Ich glaub, da unten ist er. Irgendwer steht da unten. Ich weiß nicht, was er hier vorhat, aber er schleicht halt einfach nur rum. Hallo? Wie bist denn du? Ich weiß nicht mehr, was es denn mir gegeben hat. Habt ihr eben jemanden vorbeilaufen sehen? Ähm... Ja. Woher habt ihr das? Ach, vergesst es. Hier. Ist zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Ich werde diesen Blitz aufspüren und umbringen. Okay, ich bleib mich an. Ich bleib mich ein Bär an. Ist das alles, was ihr könnt? Kackte Höhlenbär. Lassen wir die Spielchen. Höhlenbär. Ich weiß nicht, was Inigo macht. Inigo ist ein bisschen... Bisschen. Fantasien wird durchgegangen. Inigo. Schnecksche. Schnecksche. Guck mal, Sekunde hier. Wir sind verloren. Rückzug! Machen Blatt. Bitte, bring dich nicht um. Doch. Das unterstütze ich nicht. Ich treffe den nicht. Öff. Dann sagst du... Das war der Letzte. Äh. Hier ist ein Schwert. Ah, hier. Aber nicht von Akaien. Geh mal her damit. Hier hat nicht mehr was Tolles dabei. Wo ist ein Frost? Ich komme wieder hin. Wer ist denn hier noch feindlich? Was wollt ihr denn alle von mir? Hallo? Das ist der komische Jäger. Ja, wer ist denn da oben? Wer will denn da was von mir? Keiner weiß. Ich komme mal hoch. Bin gleich da. Dauert noch ein bisschen. Komm, über die Kante. Nicht rüber. Lass mich hier hoch. Ich bin gleich da. Warte. Dann nochmal. Frost? Schneckchen? Hallo? Bleibst du stieg? Wieso greifst du Frost an? Hör auf, Frost hat zu kreisen. Das gibt gar keinen Sinn. Don't do it. Leave the horse alone. What the fuck? Was geht denn hier ab? Diese... Es furchtbar alles. Okay, jetzt diese Käse machen wir nicht mehr. Ja, das ist einfach nur eine einzige Katastrophe. Ja, eigentlich muss ich das machen jetzt. Den Werwolf. Scheiß, ja. Nur Scheiß. Wir gehen jetzt hier weg, ja. Inigo ist irgendwo lost in space. Irgendwie Kai greift Frost an. Ich habe keinen Plan, was hier abgeht. Die Leute haben nur noch... Es ist bestimmt Rifthorn, ja. Irgendwelche komische Strahlung geht von dort ab. Die haben alle irgendwie einen auf dem Kerbholz jetzt. Hey. Hey, es regnet. Hier ist mein hübscher... Nee, ich nicht. Oh, ich habe die Schläge und so. Scheiße. Ich glaube auch, aber... Wo ist denn Pika jetzt schon wieder hin? Ach, Pika, Alter. Oh ja, du hast recht. Wir sollten endlich mal Sachen verkaufen. Das stimmt. Jetzt komm ich so leicht. Wieso ist... Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß einfach...